Mit dem Meriva gelang Opel 2003 ein Volltreffer. Der Microvan auf Basis des Corsa C kombinierte die Vorteile einer Großraumlimousine mit einem 4 Meter langen Stadtflitzer. Seit Juni führt die zweite Generation des Meriva das Erfolgsrezept mit verfeinerten Zutaten fort. Mehr Platz im Innenraum, mehr Flexibilität, mehr Antriebskomfort. Sieben Motoren stehen zur Auswahl. Davon vier Dieselmotoren, die ab sofort bestellt werden können. Sie spannen ein Leistungsband von 95 bis 130 PS. Den Schwerpunkt des Motorenangebots beim neuen Meriva bilden vier Dieseltriebwerke. Die quer eingebauten Vierzylinder zeichnen sich durch kräftigen Durchzug bei geringem Verbrauch aus. Trotz Diesel-Drink bleibt der Meriva Wieselflink. Mit 130 PS beschleunigt der 1,7 Liter Top-Diesel in 9,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und schafft 196 kmh Höchstgeschwindigkeit. Trotzdem verarbeitet die Common Rail Einspritzung nur 5,2 Liter Kraftstoff alle 100 Kilometer. Im Vergleich zum Vorgänger tritt der neue Meriva deutlich erwachsener auf. Der Grill und die großen Scheinwerfereinheiten sorgen für Markenidentität. Der Keckelknick der Fensterlinie für Unverwechselbarkeit. Den Clou bilden die Seitentüren. Die hintere Türe ist an der Rückseite angeschlagen. Somit fallen Einstieg und Beladung besonders bequem aus. Das verkromte Kürzel CDTI am Heck des Meriva weist auf einen der vier Dieselmotoren unter der Fronthaube des neuen Meriva hin. Die Versionen mit 1,7 Liter Hubraum leisten 100, 110 und 130 PS. Der 1,3 Liter Ecoflex mit 95 PS übertrifft seinen Vorgänger in der Leistung um 20 Prozent bei einem um 11 Prozent reduzierten Verbrauch. 4,5 Liter auf 100 Kilometer und 119 Gramm Kohlendioxid-Ausstoß pro Kilometer sind in dieser Fahrzeugklasse ein Spitzenwert. Während der 1,3 Liter über ein 5-Gang-Schaltgetriebe verfügt, sind die 1,7 Liter mit 110 bzw. 130 PS serienmäßig mit einem 6-Gang-Getriebe ausgestattet. Die Version mit 100 PS will mit dem Komfort einer 6-Gang-Automatik überzeugen. Obwohl der kleine Van erst seit Juni bei den Händlern steht, haben sich europaweit bereits mehr als 60.000 Kunden für den neuen Meriva entschieden.